. . . . . . . . Der Teil kommt aus der Serienland und war ein Glas an die Höhe. Sehr gerne, Frau Agilis mit Andrea. Patrick Fleche aus St. Catrainer bei den Poplastra PSI. St. Catrainer bei den Poplastra PSI. Der Teil kommt aus der Verkaufelung des St. Catrainer bei den Poplastra PSI. Die Quagney im Grunde von der Welt. Musik Musik Drei Fahrzeuge haben wir in dieser Garten. Und als dritter in der Gruppe N bis 2 Liter Wolfgang Schutting, der führende nach zwei Rennläufen im Renault Clio Williams. Musik So, jetzt warten wir noch auf die Lauf- und Endzeit von Gerald Klinsner. Hier kommt sie. 49, 30, 1, 38, 95 beschließen wir. Gratulation an den Kärntner Sieg in der Division historisch über 2.500 Kubikzentimeter. Also beginnt die heutige Saison, so wie er sie geändert hat, mit einem Sieg vor Harald Neuherz und Herbert Neubauer. So, am Starter Wolfgang Schuttinger, also der Steirer aus der Breitenau, der Titelverteidiger, der am vierten... Musik Musik Die Dach, die Dach, die Dach, in 15 Sekunden, Backe, in 2, 3, X, Lauf.